Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören, spricht der Herr. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Der Herr Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus Christus ist im Himmel. Er ist aufgefahren und sitzt zu Rechten des Vaters. Und ihm ist gegeben alle Macht in den Himmel sowie auch auf Erden. Und von dort oben wird er bald wieder kommen, zurück auf diese Erde. Er wird kommen in Vollmacht, Pracht und Herrlichkeit. zu richten die Lebenden und die Toten. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020